Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Planet Coaster Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Dieses Video habe ich im Voraus aufgenommen und ich habe mir ein wenig Zeit genommen, um ein wenig an der Burg weiterzubauen. Heute haben wir den 24. Dezember und deswegen ist heute Weihnachten Heiligabend und ich wünsche euch an dieser Stelle schon mal ein frohes Fest, schöne Weihnachtstage und genießt einfach dieses Video. Das ist kein Weihnachtsspecial, sondern es ist einfach diese Burg, die ich mir schon aufgenommen habe im Voraus, damit ich ein bisschen was habe, weil heute möchte ich einfach den Tag mit meiner Familie verbringen. Ich hoffe, das versteht ihr. Ich denke trotzdem, dass euch das Video gefallen wird, denn ich bin bei der Burg ziemlich weit gekommen. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Timelapse und viel Spaß an Weihnachten und eine schöne Zeit. Dankeschön fürs Einschalten, Dankeschön fürs Dabeisein und Leute, ihr seid einfach eine tolle Community. Das habe ich gestern im Livestream wieder gemerkt. Vielen, vielen Dank für den Support. Schön, dass ihr dabei seid und viel Spaß jetzt mit der Timelapse vom heutigen Planet Coaster Video. Bis zum nächsten Mal. 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 mal allen eine schöne Weihnachtszeit, ein paar schöne Weihnachtstage, genießt die Zeit mit eurer Familie, lehnt euch zurück und lasst es euch einfach gut gehen. Ja, ich bedanke mich fürs Einschalten, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao! Musik 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 Musik